Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, in diesem Video geht es um die Eigenschaften der Parallelverschiebung. Die seht ihr hier schon alle, aber ich werde euch jetzt zeigen, woher das kommt und wie man darauf selber kommen kann. Jetzt geht's los! Wenn wir jetzt zum Beispiel hier die Vektoren einzeichnen, sehen wir ja schon die Eigenschaften, gleich lang, gleich orientiert und parallel. Und wenn wir jetzt den Punkt f verschieben, das heißt den Punkt f bewegen, dann können wir mal schauen, was mit dem Punkt f' passiert. Der wandert natürlich zwischen den Punkten p' und q' hin und her und beschreibt gerade wieder eine Strecke. Das heißt die Strecke pq wird abgebildet auf die Strecke p' q' und die ist gleich lang. Das habe ich für euch gemessen. 2,5 cm ist pq und auch pq' ist 2,5 cm lang. Das nennt man längentreu. Eine Länge bleibt gleich lang. Hier haben wir jetzt den Winkel r, s, t. Das sieht man hier an den Halbgeraden. Das nennt man GeoGebra übrigens Strahl. Und dieser ist durch die Pfeile, nämlich die drei Punkte r, s und t, abgebildet worden auf r', s' und t'. Was passiert, wenn ich den Winkel abbilde? Ich messe jetzt mal den zweiten Winkel r', s', t' und erhalte, wenn ich dieses Winkelmaß etwas weiter nach oben verschiebe, 66,5 Grad. Den ersten Winkel hatte ich auch schon gemessen. Das waren auch 66,5 Grad. Das nennt man winkeltreu. Wenn ich einen Winkel parallel verschiebe, dann bleibt das Winkelmaß gleich. Nun haben wir einen Kreis, Mittelpunkt m und einen Punkt k, der auf der Kreislinie liegt. Der Radius ist 1,5. Jetzt werden diese beiden Punkte parallel verschoben auf m' und k'. Und siehe da, der Radius ist natürlich wieder gleich lang. 1,5 cm ist klar. Diese Abbildung ist ja längentreu. Und jetzt bewege ich diesen Punkt k auf meinem Kreis und schaue, was mit meinem Punkt k' passiert. Ich habe die Spur eingestellt und man sieht eindeutig, die Streckenlänge bleibt gleich, ist ja auch längentreu. Und alle Punkte k' landen wieder auf einer Kreislinie, nämlich dasselben wie hier. Das nennt man kreistreu. Hier haben wir jetzt eine Gerade, UV und darauf liegt der Punkt W. Ich habe jetzt diese drei Punkte, U, W und V bereits parallel verschoben mit den Pfeilen und werde jetzt zeigen, was mit dem Punkt W passiert, wenn ich den verändere. Man sieht eindeutig, der Punkt W' verändert sich mit, aber er bleibt wieder auf dieser Geraden und das nennt man geradentreu. Übrigens, Fixpunkte gibt es nicht, weil Ur- und Bildgerade immer parallel zueinander verlaufen. Und Fixgeraden gibt es nur dann, wenn eben diese roten Pfeile hier exakt so verlaufen wie die Urgerade. Hier wurde jetzt ein Dreieck durch Parallelverschiebung abgebildet. Diese drei Pfeile zeigen das an und jetzt messe ich die Flächeninhalte. Zwei Quadratzentimeter sind es hier und zwei Quadratzentimeter sind es hier. Das heißt, die Eigenschaft einer Parallelverschiebung ist flächengleich. Flächen bleiben gleich groß. Heute haben wir also diese fünf Treuen kennengelernt. Diese fünf Eigenschaften der Parallelverschiebung. Fasst man die alle zusammen, dann ergibt sich daraus eine Kongruenzabbildung. Das heißt, Figuren sind kongruent zueinander, wenn sie durch Parallelverschiebung abgebildet werden. Das haben wir auch schon bei der Achsenspiegelung so festgestellt. Übrigens, der Drehsinn bei Ur- und Bildfigur ist immer gleich. Das ist ein Unterschied zur Achsenspiegelung. Jetzt wünsche ich euch viel Erfolg in der nächsten Mathematikstunde. Tschüss!